Hallo Leute, heute habe ich für euch die Matrix Batterie. 6,99 Euro, schon fast eine Billigbatterie. 54 Schuss, 15 Millimeter Maximalkaliber, da drüben noch ein bisschen kleineres. Und dann haben wir hier noch Zerleger, gefächert, das sieht man sehr selten so günstig. Wir haben eine Gesamt-NEM von insgesamt 150 Gramm. Wir packen das Teil auch mal aus, so sieht es von innen aus, schon ziemlich safe. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal, ob sich die für 7 Euro im Lidl lohnt. Jetzt die Matrix aus dem Lidl, 9,5 2022. Bis zum nächsten Mal.